hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge zu disney mirror world diesmal wieder mit einem guide beziehungsweise mit einer kleinen anleitung und heute geht es um die shops wir gehen alle shops einmal durch die es gibt und besprechen einfach was dort gut zu kaufen ist was ein gutes eine gute investition ist und lassen alles andere außen vor wir fangen mit dem shop an den ihr am meisten sehen werdet und das ist der bazaar der bazaar seht ihr weil der alle zwei stunden euch ein kostenloses item gibt mindestens alle zwei stunden denn das item selbst regeneriert sich auch immer noch mal alle paar stunden das heißt ihr bekommt es ist das dann 13 items am tag oder sowas wenn ihr optimales ausnutzt das ist immer gratis das nehmt ihr mit das lohnt sich auf jeden fall was lohnt sich im bazaar noch im bazaar gibt es items die euch im verlies weiterhelfen also wenn ihr im verlies irgendwie hängen bleibt und bei eure charaktere gestorben sind dann könnt ihr hier elixiere kaufen die eure charaktere wiederbeleben hier gibt es heilex ihre elixiere fürs verlies hier gibt es die karten fürs verlies hier gibt es die womit ihr die ganze ebene aufdecken könnt hier gibt es die schriftrollen fürs verlies womit eure schritte keine keine bedrohung erzeugen damit ihr nicht ständig angegriffen werdet und so weiter das lohnt sich also hier die verlies gegenstände im bazaar kauft ihr die verlies gegenstände und zwar nicht für kugeln sondern die gibt es auch immer für gold also kauft ihr euch für gold das heißt spart immer habt immer ein bisschen gold und reserve und gibt nicht alles euer gold ausweich manchmal kommt hier kommt im bazaar eben ein gutes verlies angebot und dann schlagt ihr zu nächster ach so das sind das sind diese acht und die acht werden dann immer anheuert nächster shop der lobeeren shop lobeeren shop ist der shop bzw lobeeren sind die währung die ihr bekommt wenn ihr eure bündnismissionen jeden tag macht dann bekommt ihr für meilensteine lobeeren und diese lobeeren könnt ihr hier im lobeeren shop ausgeben was ist hier wichtig zu kaufen ich bin der meinung am anfang macht es sind dass die sind bündnis kristall stücke zu holen denn dafür bekommt ihr donald oder goofy von zwei bis glaube fünf sterne das heißt ihr habt die chance auf dem vier mindestens auf dem vier ich glaube sogar fünf sterne donald und donald kann in zwei tauren benutzt werden ist ein guter tank das lohnt sich am anfang wenn ihr weiter im spiel voranschreitet also wenn eure charaktere so level 40 sind und auf dem weg zur level 50 dann fangt ihr an und holt euch diese diamant stücke stufe vier denn die gibt es nur hier im lobeer shop das heißt ihr braucht ein bündnis ihr müsst die meilensteine schaffen und dann geht ihr hier an diese diamant stücke denn die braucht ihr um dann dass den rang eurer charaktere bei level 50 60 höher dann zu benutzen nächster shop sternen staub sternen staub ist der shop wo ihr oder beziehungsweise sternen staub ist die währung die ihr erhaltet wenn ihr charaktere doppelt zieht also angenommen ihr habt ein frank wolf ihr zieht noch ein meinetwegen hattet den drei stand jetzt wird eine zwei stand und jetzt noch eine drei sterne dann bekommt ihr nicht nur stücke um frank wolf aufs nächste stern auf den nächsten stern zu bringen sondern ihr bekommt eben auch diese währung für tanks bekommt ihr panzer für hilfe für supporter bekommt ihr hilfsstern staub nahkämpfer nahkampfstern staub fernkämpfer fernkampfstern staub und für den jeweiligen sternen staub könnt ihr eben hier drei sterne wächter oder vier sterne wächter kaufen wenn ihr mal durchrechnet ihr bekommt schneller euren nächsten stern wenn ihr er die drei starne wächter holt aber bei dem vier sterne wächter bekommt ihr die siegel und die siegel sind wichtig um eure fähigkeit zu pushen deswegen wollte ihr auf jeden fall den vier sterne wächter denn diese vier sterne fähigkeit die ihr bekommt die wollt ihr natürlich immer weiter pushen immer weiter pushen damit der charakter stärker wird weil das ist eine richtig starke fähigkeit ohne die viele charaktere gar nicht so funktionieren wie sie normalerweise funktionieren würden da gibt es noch mini maus mini maus ist in diesem shop immer fest die gibt es immer für 5600 nachkampf splitter alle anderen also die sieben anderen charaktere die rotieren jeden tag das heißt ihr habt ihr nicht immer mickey ihr habt ihr nicht immer boot und frank wolf ihr habt ihr eben auch eben nicht diese drei sterne immer sondern die jeden tag sind das andere leider habe ich keine 4600 fernkampf sonst würde ich mir sofort mickey holen spart auf jeden fall sammelt spart auf jeden fall eure währung eure stamm staub währung bis hier unter den unter den dreien welche dabei sind die euch wirklich was bringen die euch einen vorteil im spiel bringen zum beispiel ein charakter der euch in den turm höher kommen lässt in denen nicht höher kommt wer ihr nicht genug charaktere aus diesem turm habt ihr müsst ihr für ein high tech tour müsst ihr irgendwann ein team aus drei hightech charakteren haben genauso für ein lederturm team aus vier anführer charakteren und so weiter und so fort das heißt also spart euch das um später eventuell lücken zu füllen und vor allen dingen jetzt wurde ja für die allianzen diese allianz kriegs dingens da angekündigt wo noch keiner weiß wie das funktioniert und welche charaktere dort gut sind und so weiter spart diese währung denn hier könnt ihr dann eure lücken füllen dann gibt es noch die angebote bzw die kugeln das sind beides shops in denen ihr echtes geld ausgeben könnt in den kugel shops bekommt ihr eben kugeln für euer geld da ist das beste angebot das mit mini maus mit vier stände mini maus für 50 euro hier bekommt ihr zwar nicht so viel kugeln bonus als würdet ihr das 99 paket holen aber ihr bekommt auf jeden fall in vier stände mini maus und der ist sehr sehr starker supporter da macht ihr nichts falsch wenn es euch aber nur um mini maus geht und euch die kugeln egal sind dann geht in den angebote shop holt euch für zehn sternen das mickey maus nicht mini maus mickey maus meine ich die ganze zeit das mickey maus bündel und kauft euch hier im mickey maus für zehn euro bekommt mickey ihr bekommt die währung um mickey auf stuf also über rang 30 zu bekommen und sogar auch noch ein paar kugeln das lohnt sich also noch mehr für einen kleineren geldbeutel wenn ihr anfänger seid und ihr habt zehn euro euch ist mickey egal dann gibt es noch ein angebot da könnt ihr für ich glaube sieben euro könnt ihr 1600 kugeln bekommen was besser ist als jedes dieser angebote denn ihr bezahlt sieben euro und bekommt fast mehr mehr als in diesen an kugeln also das ist ein gutes angebot das ich mir auch gekauft habe und ich habe noch ein anderes anfangs angebot gekauft wo ihr ich weiß gar nicht mehr was man da gekriegt hat aber das 1600 kugel angebot das war auf jeden fall das habe ich mir für jeden fall geholt hier im angebote shop gibt es noch zwei weitere angebote auf die erachten solltet und zwar es gibt manchmal noch ein angebot das sieht so ähnlich aus wie das nämlich da kein echtes geld ausgeben sondern kugeln ausgeben deswegen die 600 kugeln die 1600 kugeln und zwar bekommt ihr dann ich glaube einen kristall der euch auf jeden fall ein vier sterne champ gibt aus der auswahl aus dreien das heißt ihr bekommt ein kristall ihr macht den auf und dann kommt ein bildschirm und in dem auf dem bildschirm seht ihr drei zufällige charaktere aus denen ihr ein auswählen könnt und das ist auf jeden fall sind das 34 sterne charaktere und das ist für 1600 kugeln auch ein sehr gutes angebot und dann gibt es noch manchmal angebote für energie wiederherstellungs bündel für auch für kugeln nicht für echtes geld sondern für kugeln die sind dann ganz hier hinten ich glaube die wieder gestern war eins glaube ich habe ich auch gekauft das ist dann so hoch das hat mich glaube ich 140 kugeln gekostet und gab mir 20 20 kleine energie aufladungen also das sind tippitoppi angebote die müsst ihr mitnehmen dann gibt es noch den eventshop im eventshop müsst ihr mal schauen ich empfehle auch hier das zu sparen und euch dann siegel und große bücher zu kaufen braucht ihr vielleicht am anfang noch nicht aber später es gibt noch die stücke da könnt ihr nicht viel machen wenn ihr die habt wenn ihr die gesammelt habt gibt sie aus habt ihr euer zeug und im focus im focus gibt diese berühmten kristalle die kosten 280 und es gibt hinten die sternen kristalle die kosten 180 wenn ihr einen speziellen charakter braucht und auf einen speziellen charakter hofft sind eure chancen hier drin 1,5 prozent von fünf sterne wächter oder für den um den es in dem kristall geht 1,01 prozent und das kostet euch 280 für nur 180 solange der charakter hier in der liste ist habt ihr eine etwas kleinere chance auf dem fünf sterne wächter aber bezahlt viel viel weniger wenn ihr also unbedingt eure kugeln für kristalle ausgeben wollt dann macht es lieber bei den 180er kristallen und dann gibt es noch einen shop den findet ihr nicht über den punkt shop sondern den findet ihr über das verlies das haben wir am anfang schon mal besprochen da gab es gesagt im bazar gibt es verlies items diese verlies items gibt es natürlich auch hier hier ist es jedoch so ihr könnt hier hinten diese bündel nur kaufen wenn ihr hier von diese kauf das heißt also um an den das bündel zu kommen mit den zwei zauberstäben müsst ihr bündel 1 2 3 und 4 kaufen das heißt ihr gebt für zwei zauberstäbe wenn ihr jetzt nur darauf anlegt jetzt sagen wir mal gibt ihr im prinzip 275 kugeln aus und im bazar kriegt ihr zwei zauberstäbe für keine ahnung 3000 gold oder so also da solltet ihr wirklich überlegen ob das hier sinn macht die großen die spieler die viel 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 geld ausgeben hunderte von euro und vielleicht auch tausende von euro die machen das tatsächlich so die kaufen hier dieses sechs sterne bündel oder dieses stufe 6 bündel oder alle alle durch bis zum stufe 6 bündel haben dann hier karten haben hier diese schutz unsichtbarkeit rollen und die zauberstäbe kaufen das mehrmals und machen dann ihre ihres ihr verließ entschuldigung ihr verließ auf der allerhöchsten schwierigkeit und gehen dann über diese unsichtbarkeit scrollen rollen gehen die dann durch die level ohne einen kampf und kriegen so viel ganz viel punkte da gehe ich aber noch mal ein extra video drauf ein an der stelle soll es zu den shops gewesen sein wenn ihr fragen habt wenn ihr einregungen habt wenn ihr mich korrigieren wollt oder irgendwas anders ist schreibt gern in die kommentare ansonsten könnt ihr auch immer unseren discord da sprechen wir regelmäßig über allem alles mögliche wenn ihr fragen habt zu eurem roster also zu euren wächtern welcher wächter von denen die shop ist gut welche sollte ich leveln oder so weiter kommt in discord schreibt mich offline an schreibt mich auf discord an schreibt in die kommentare ich lese die kommentare vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao